Hey ho! Willkommen im Teil 2 meines Oster-Specials. Im Part 1 ging es um die Outfits Easter Eggs und im Teil 2 geht es nun um die Easter Eggs an sich. Und Junge, da gibt es eine ganze Menge. Da ich aber weder alle kenne noch, dass alle Easter Eggs in ein Video passen würden, habe ich mir ein paar, die mir persönlich sehr gut gefallen, rausgesucht und werde sie euch präsentieren. Also, fangen wir an! In mehreren Königreichen könnt ihr an den Wänden ein verstecktes Easter Egg finden. Und zwar Cat Mario und Cat Peach aus Super Mario 3D World für die Wii U. Passend hierzu gibt es eine weitere Wandspielerei, und zwar die 8-Bit-Fossile aus dem Kaskadenteich. Diese sind auf einigen der Felsen versteckt und erinnern an Marios Nintendo Entertainment System Wurzeln. Als Super Mario 64 für die Nintendo 64 rauskam, waren wir alle gespannt, wann wir Yoshi kriegen. Leider hat sich am Ende herausgestellt, dass Yoshi eher eine unbedeutende Rolle im Spiel hat. Und zwar, wenn man alle Sterne hat, konnte man auf dem Dach des Schlosses einen Yoshi finden und von ihm 99 Bonusleben erhalten. Nun, scheinbar wollten auch unsere Odyssey-Entwickler darauf anspielen und haben im Pilzkönigreich auf dem Schlossdach ebenfalls einen Yoshi positioniert. Gut, Bonusleben kriegen wir zwar nicht, aber wir können ihn kapern. Das hat auch was. New Donk City quillt nahezu über vor Easter Eggs. Und als erstes möchte ich hier mal auf die Verkehrssituation eingehen. Und zwar, die Straßen sind nach dem Donkey-Klan benannt. Hier mal einige Beispiele. Und die Nummer zwei. Schilder der Autos bzw. der Taxis, die durch die Schloss fahren, die sind das Erscheinungsjahr vom Arcade-Spiel Donkey Kong, in dem Mario seinen ersten Auftritt hatte. Der berühmte Captain Toad, den man in jeder Welt trifft, guckt auf eine ganz besondere Karte. Und zwar auf die Map-Karte von Bob-Oms Bombenberg von Super Mario 64. Ein schönes, nettes Detail. Captain Toad hatte ja seinen ersten Auftritt als Spielbar-Charakter im wunderbaren Spiel Super Mario 3D World. Und ein tolles Easter Egg ist genau zu diesem Spiel im Pilzkönigreich verwandt. Und zwar gibt es einen Baum mit einem Tanooki-Schwanz. Wenn man eine gewisse Zeit nicht reagiert, wird sich Mario hinlegen und einschlafen. Dabei zählt er Pasta-Gericht darauf. Dies ist ein Easter Egg auf Super Mario 64. Die Pilze aus dem Pilzkönigreich basieren auf einem Spielzeug aus Nintendogs plus Cats, welches wiederum auf den Super Mushroom Kingdom aus dem ersten Super Mario Bros. basiert. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Design, sondern auch der Sound und die Physik sind auf Nintendogs plus Cats. Wo wir gerade bei Nintendogs sind, ihr habt sicher bemerkt, dass ihr in den Odyssey-Welten ab und zu einen Hund findet und mit ihm spielen könnt. Dies ist eine Anspielung auf Nintendogs Shiba Inu. Mario Odyssey ist sehr detailverliebt. Dies merkt man sogar an einem kleinen Easter Egg, das die Animation bildet, die Mario ausführt, wenn er einen Mond erhält. Die Geste kann sehr unterschiedlich sein. Es ist relativ zufallsbasierend, aber er führt eine Geste aus einem anderen Spiel aus. Zum Beispiel führt er das Peace-Zeichen aus Super Mario 64 oder die Open-Palm-Hand-Geste aus Super Mario Sunshine oder den Air Punch aus Super Mario Galaxy aus. Aber da hört die Detailverliebtheit nicht aus. Sogar die Menü- bzw. Pausenbildschirme haben ihre Easter Eggs. Als erstes ertönt, wenn man den Pausenbildschirm öffnet und schließt, der aus der Super Mario Reihe bekannte One-Up-Sound. Dann kann man durch die richtige Reihenfolge auch noch Rosalinas Observatoriums-Melodie nachmachen. Ein weiteres musikalisches Easter Egg findet ihr bei unserem wunderbaren Raumschiff, und zwar dem Globus der Odyssey. Wenn man auf diesen springt, ertönen nach einer Weile die Melodien der vergangenen Super Mario Games hin. Im Weltall hört ihr Jump Up Superstar. Wir waren ja eben bei Rosalinas Melodien. Gut, Rosalina kennen wir alle durch Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2. Und ja, auf Super Mario Galaxy 2 gibt es ein weiteres Easter Egg in Mario Odyssey. Und zwar könnt ihr die Odyssey, also das Raumschiff, durch drei Eingänge betreten. Durch die Tür mit den normalen Leuten, durch die Klappe auf dem Dach, wie ich zum Beispiel. Oder durch das Easter Egg, und zwar den Auspuff. Tatsächlich könnt ihr in Super Mario Galaxy 2 das Raumschiff auch durch den Schornstein betreten. Ein nettes Detail. In Super Mario Odyssey findet ihr viele wunderbare Welten. Ich mag zum Beispiel die Bosa-Welt bzw. Bosaland. Und genau da findet ihr ein sehr detailverliebtes Easter Egg. Das vielen sich entgeht. Und zwar, wenn ihr die Karte öffnet und dort auf die Details an der Seite geht, werdet ihr Hanafuda-Karten als Hauptindustrie sehen. Und dies ist eine Anspielung auf Nintendos Geschichte. Diese haben nämlich ursprünglich, noch bevor sie Videospiele gemacht haben, nur Hanafuda-Karten hergestellt. Super Mario Odyssey liebt ja Musik wie Sex. Eins findet ihr zum Beispiel, wenn ihr die Radios abwirft. Man kriegt dann den Song Jump Up Superstar oder das Ending-Lied von Super Mario Odyssey auf Japan zu hören. Paulina kennt man ja aus dem guten alten Arcade-Game. Donkey Kong aus dem Jahre 1981. Daran scheint sich sogar die junge Dame zu erinnern. Immerhin kann man in Paulinas Quiz die Frage bekommen, mit welchem Tier ich in der Vergangenheit zu tun hatte. Gorillas, also Donkey Kong. Zum Abschluss gibt es noch ein weiteres wunderbares Super Mario 64 Easter Egg. Und zwar waren damals die Level in den unterschiedlichen Gemälen des Schlosses versteckt. Weshalb es mich umso mehr freut, dass genau dieses Detail auch in Super Mario Odyssey im Pilzkönigreich zu finden ist. Das nenne ich Detailtreue. Die haben sogar einen ähnlichen Sound-Affekt. Heiho, willkommen auf dem Endcard. Also erstmal, ich hoffe, dir hat das Osterspecial viel Spaß gemacht. Und dann möchte ich mich noch ganz herzlich bei Glocko-Chan dafür bedanken, dass er mir das N64-Material schon wieder und das Super Mario Galaxy-Material bereitgestellt hat. Vielen herzlichen Dank. Hier kommt ihr zum Teil 1 des Osterspecials und da kommt ihr zu meiner letzten Review. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Review. Tschö.